Jo Leute was geht ich bin wieder zurück euer LeCroftALP und ja Ich würde mal sagen wir fangen gleich mal an mit der nächsten folge von Black Ops 2 Road to Commander und zwar würde ich diesmal dann einfach mal Nukedrack machen und gucken ja und direkt was gefunden ist ja nice Oh ne jetzt schrei doch nicht rum man Oh man Was geht Alle stumm die jucken mich nicht So Der Grund ist warum ich es jetzt am Sonntag ein Video rausbringe ist Ok ich nehme es jetzt am Sonntag halt auf ob es noch heute online kommt oder erst morgen Montag also nachts irgendwann mal ist eine andere Frage aber warum es erst so spät kommt Ich musste in der Woche eigentlich auf meine theoretische Zwischenprüfung lernen bisschen Und außerdem war es noch so richtig hässlich heiß die ganze Zeit Und in meinem Zimmer konnte ich es kaum aushalten weil ich hier im Dach wohne Und ja Ich hatte es hier mindestens so locker 25 bis 30 Grad Und ich konzentriere mich wieder viel zu viel Oh mein Gott und jetzt Blacktap Wurde ich gerade auf mein Desktop zurückgeschmissen Was ist das für eine Scheiße hier Ich weiß ja nicht mal was das gerade für ein Game Match Was ist der Stern oder wie oder wo oder wann Ja auf jeden Fall ja ich musste halt mich vorbereiten auf die Zwischenprüfung und alles Und am Wochenende dachte ich gehe jetzt erstmal in den Schwimmbad um Bisschen zu chillen Bisschen abzukühlen Weil es war echt nicht mehr auszuhalten Hä alter jetzt habe ich vergessen wo waren die Scheiße Achso ich habe ja nicht mal nichts drin bei der Waffe Ich dumm Kopf Boah ich habe die jetzt raus gemacht Weil die einfach unnötig sind weil ich mich dann noch weniger konzentriere Und immer abkackt wieder In dem Fall habe ich dann am Donnerstag noch die praktische Zwischenprüfung Und deshalb will ich noch versuchen in der Woche noch ein Video rauszubringen Aber falls ich es halt nicht schaffen sollte Seid mir nicht böse oder so Ich versuch's wenigstens Jo Das wurde Fehler gemacht Jo Ich bin nicht am Angst Oh Gott Gut Gut Oh Mann Hä was geht Was geht Achso ja Habe ich ja ganz vergessen Außerdem habe ich jetzt meine Tastatur auch gekriegt Und zwar ist sie zwei Tage später gekommen Äh ja ich bin mir gerade nicht sicher ob ich das schon mal gesagt habe Aber egal dass es jetzt halt ist Oh ne ich Äh Denk mal ich Ich glaube ich habe es letztens gesagt Dass ich das irgendwie poste oder mal irgendwann mal mein ganzes Meine ganzen Sachen mal aufschreibe Was ich da habe PC und den ganzen Scheiß was ich halt benutzen muss Was ich auch nicht Oh mein Gott ich muss mal echt überlegen was ich eigentlich laber Ich laber einfach drauf los ich habe gar keinen Plan Was ich erzählen soll Oh Mann Oh Mann Wieder nur am abkratzen Junge 2-8 Das ist doch peinlich Ich weiß nicht Das spaßt doch immer so ein bisschen rum Toll Geh mal ein Gut Auf jeden Fall werde ich mich mal dran setzen Und alle Sachen So vom ganzen Equipment mal aufschreiben Und unten in die Videobeschreibung packen Ganz unten drunter einfach Wer es halt wissen will Und ja Wenn ihr mehr dazu den Sachen wissen wollt Dann irgendwie könnt ihr auch Fragen Wie gesagt immer Alle Links unten in der Beschreibung So jetzt konzentrieren wir uns ein bisschen aufs Game Und Versuchen noch ein paar zu ziehen Wenn nicht das Schaf überhaupt Warteun Wo schwer kann das ja wohl nicht sein Ach Mann Warum Wollen wir mit ihren Scheiß Hellstorm Raketen Die sind so uncool Nice alter Toll Fuck Voll Concentration gegeben hier War wohl nix Ah Es liegt am Hoster Genau Scheiß Hoster Scheiß Hoster Was denn da war doch hier oder Ich bin mir so hoch gerannt Natürlich halt da Ach so ein bisschen Aim ne Und ein bisschen Skills hier Naja Nur wie zu Aim und Skills Jetzt Oh jetzt hab ich voll nicht grad hingeguckt Oh langsam wird es schon peinlich Wie lange wird es echt peinlich Naja was heißt peinlich eigentlich kacke ich irgendwie jede Folge ab Also von dem her Ist es irgendwie nicht so schlimm Ach so und die Zeit haben wir wieder nicht geschafft Naja ich würde mal sagen Es passt so Noch Ist jetzt eine Runde ist dann oder Zwei sein müssen Aber Keine Ahnung Ich würde jetzt mal schätzen Ich glaub noch 10 Minuten oder so Also knappe 10 Minuten Ja guter Junge Da ist er doch Da ist er Boah Ey Ich sitz jetzt noch einfach nur rum Und nimm das Video auf Aber trotzdem ist es richtig heiß Es ist einfach Einfach heiß hier drin Jetzt komm Jetzt pack mal Ja Esplodier doch einfach Ja easy So dann campte ich alle in der Ecke Und schlachte die ganzen Motherfuckers ab Sind einfach nur noch gecampt Ups Ich bin hoch Und dann gehts weiter Und einer kommt gleich auf die Seite Ich hoffe das ist jetzt kein Fehler was ich hier mache Aber irgendwie denke ich schon Ich bin mir nicht so sicher 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 Es hat geklappt Es hat geklappt Nein Nein Ich wollte noch Blitzschlag geben Schade Schade Ich habe mir auch ein paar Kills gebracht Ja aber nice Ein bisschen aufgeholt So muss es sein Wenn ich alles miteinander Achippers Ich bin mir nicht so sicher Ich bin noch nicht Ja, ich würde mal sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit, also auch wenn es ein bisschen länger wird, wir starten jetzt noch eine Runde in Newtown und dann, denke ich mal, passt das. Was ist Hardcore Abschluss bestätigt? Ja, das ist auch nice. Äh, warte, Klassene, die du warst hier. Das kann ich nur raushauen. Ja, komm, ich hau mal hier die Pistol raus, mach einfach Vordergriff rein. Passt eigentlich dann so. Ja. Ich will in der PDW zocken vielleicht. Ich will die MSMC, aber die Sascha bleibe. 28, leider, leider. Leider. Oh nein, komm mal wieder Sturmschleiß und fertig. Boah, heiß. Oh, müde bin ich auch. Wenn euch auch so heiß ist gerade wie mir, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich will es wissen. Weil, unnötig und so. Regen wir los. Kiddies. Kipp, what the fuck. Scheiße. Ja, wenigstens Hardcore Abschluss bestätigt, kann man ein bisschen hier. Äh. Äh. Schneller Level. Äh. Äh. Bisschen behindert, wenn man ab und zu mal hängen bleibt. Bisschen deckt sich auf dem Boot auch gut. Ja, easy. Oh, nachladen erstmal hier Drohne. Ah, die Schütz. Cool. Mal so reinhauen. Und Drohne nach oben drauf. Das sind Vorräte von Blitzschlag. Aber die sind, glaube ich, wieder außerhalb der Map. Sonst hätte die bestimmt schon jemand genommen. Oder auch nicht. Ffff. Fuck. Ich muss so spät reagieren. Trotzdem bräuchte ich noch irgendwelche Games, wo ich noch zocken wende. Und wenn jemand ein paar sagen könnte, das wäre, äh, very nice. Very nice wäre das. Ich hab, ich guck echt ab und zu mal immer in Steam, aber, äh, bin mir noch nicht sicher. Ich bin am überlegen, ob ich NetForSpeed, äh, let's playen sollte. Das neue NetForSpeed. Weil anscheinend sollte es schon geil sein. Und ich, ich will auch wissen, was, was da halt jetzt ist, so. Und deshalb, wenn ihr das sehen wollt, NetForSpeed oder habt's schon kennt oder halt sehen wollt, äh, schreibt's einfach in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen hoch. Weil, dann würde ich's mir auch mal bestellen und dann könnt ihr euch damit auch anfangen. Entweder gleich dann nebenher, neben COD oder erst danach. Und das muss ich mir dann noch von der Zeit her überlegen. Aber, äh, ich würd's auch nice finden. Also, wenn ihr Bock drauf hättet, einfach Bescheid sagen. Oh, noch ein Abschuss. Boah, Alter, das lag richtig behindert. Abschuss bestellt. Du, 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 du. Liegt nicht immer auf dem Boden, Mann. Abschuss bestellt. Fuck. Grone, abtaker. Hm, immer noch hab ich ein Messer. Aber, naja. Das Problem können wir doch. Ich mein da oben war einer. Ich mein da oben war einer. Abschluss bestätigt. Oh, Punkte! Und. Stirb. Fork. Du ist ja da hinten neike, gell? So eine kleine Schlawine. Jawohl. Auf der Karte sind so viele Punkte, aber du findest die einfach kaum. Zack. Packen. Brone nochmal reinhauen. Und weiter steppen. Hä, ist das dein Ernst? Die sind zu zweit auf den drauf, die haben den nicht gekriegt. Ich dachte, der ist tot oder hab ich den gar nicht mal beachtet. Hm. Komisch. Hm, komisch. Irgendwie sagen wir mal. Na ja. Boah, nein, ne, ich dachte ich, wir kommen noch. War wohl nix. Loool. Loool. Komm her, Mann! Mit deinem fucking Sniper, Mann. Da, bitteschön, endlich. Haha. Geht der immer auf den Sack? Die auch? Du bist zu zweit auf der Treppe und kuschelnder. Einfach sprayen, Mann. Magazin. Brainschartet. Gut. Ich weiß es nicht. Ich hab den nicht getroffen, wo der hoch geharrt ist. Na? Was mag? Ah, hier. Guck mal her. Oben hat er doch grad geschossen. Diese... Fuck. Fuck. Ja, wie lang geht die Runde noch? Bis wie viel? 100, oder? Ja, 100. Also haben wir es gleich. Nein! Nein! Es ist immer so. Du denkst, du schaffst es. Aber... Eigentlich schaffst du es nicht. Weil es immer unmöglich ist. Es ist immer so. Beowulf. Ja, ja. Ich merk's mir nicht. Ich merk's mir nicht. Ich merk's mir nicht. Ich merk's mir nicht. Ups. Das war jetzt irgendwie scheiße. Alter. Alter. Ich muss mal hochkommen, Alter. Das ist meiner. Ich merk's mir nicht. Und da bin ich... 28 23 Nicht schlecht war es einmal Passt eigentlich Solang es eine 1er-Karte ist Zufall Nix Zufall, halt's mal So, naja und das war es jetzt auch schon von dieser Folge Und ja Ich würde dann sagen Oh fuck Als habe ich es gerade voll am Alz gehabt Ja Okay, Entschuldigung Also ich würde mal sagen Bis zum nächsten Mal Und schreibt dann in die Comments Ob ihr das Net for Speed dann sehen wollt oder Nicht oder Irgendwas halt oder was anderes Ist egal was Wie immer eigentlich Immer das gleiche gelabert Oder einfach Bescheid sagen irgendwo Oder Fragen stellen und Ja Ist halt immer dasselbe was ich sage Aber trotzdem Das war es dann von heute Und ich würde mal sagen Wir sehen uns bis zum nächsten Mal Und bis dann Ciao Leute Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal